hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ich bilden jetzt ja hier chris hat irgendwie die arbeit eingestellt was los chris chris wir können nicht weiter arbeiten unser budget ist aufgebraucht willst du uns etwas geben nein mein geld quatsch wir haben genügend geld ok wie viel wird danke danke brauche nur 192 punkten mein liebe ich habe gerade nur 64 bei mir ich weiß wo meine restlichen münzen sind weiß nicht warum ich mal hätten den laufer aber ich war wie gesagt auf kem einmal beim berg gewesen habe jetzt bei gold baren und glas müsste es auch geschmolzen sein genügend nein nein ja glas was stimmt denn nicht bitte großes weißes buch bauen zuerst magisches fitment und dafür haben wir hier unten ein keller aber erstmal bringen wir den jungs bis hin fenzen die fliegende mauer ist etwas lästig aber ich werde mich schon drum kümmern haben ja genügend granit und anderen kram der unter die erde kommen kann die fliegende mauer ist sie leider mal kurz weg müssen wir nur noch kris finden und dann haben wir wieder eine nächste aufgabe gelöst bis bis Chris? Chris? Ahhhh Jetzt kann es weiter gehen Ich habe einen leeren Sehenstein Ich habe einen leeren Sehenstein Oh, ein wertvoller Schatz Einmal mir folgen bitte Das ist der Grund für die Brote Lukas, kannst du mir auch immer folgen Das ist der Grund für die Brote 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 Larus ist auch hier oder die Zito Da ist Larus Ich sehe nur noch Dummy, Chris und Ben So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist denn der Pin geblieben? Was machst du hier hinten? Warum habe ich eigentlich die Erfolgen, damit die eigentlich nicht so weit weglaufen können? Eigentlich weil ich was kompletteres tun, aber jetzt suche ich wieder diese Brüder, nur damit sie hier arbeiten können. Ich arbeite mit dem Lebeschreiber. Denn... Alles Essbare hier in diesen... Hier rein. 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 ok jetzt haben wir euch alles was wir brauchen die jungs arbeiten wieder das heißt wir können in den keller und alles droget hier das sind meine sachen wer bleibt da drin noch und da bräuch hatten nicht die jungs rufen bei euch auch gerade nicht das war das equipment was ich brauche für umbau da die vergehen dahin 123 ja da 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 zum glück wird ja im berg sauber stein gemacht noch ein weiter und das könnte von der länge passen so dass ich lieber nach rechts möchte die kohle immer dann kommt was sie nicht braucht dann wird man das hervor sie ist einem platz wo sie nichts stellen soll weil sie dadurch das ganze schöne den schönen gang zerstört das haben wir da rein dann auch noch den dann können wir ganz her weiter bauen in zufällen lufttasche okay mal sehen warum der keller hier hier praktisch hier wird brauchen kraft akzeptiert und ich kann kein deutsch und und drucker erschreckt mich nicht jedes mal mir fehlen die betten hier kann nicht glauben dass es hier betten geben soll so im kleinen gab es im bett mir fällt ein ich habe keinen platz dafür urteil ist es nicht so viel kaputt geht hoffentlich ja gleich sehen das video brauche ich müsste ich damit jetzt genügend platz geschaffen haben das ist mir egal woher sorgt es mir für das select etwas was ich nicht gerade oft brauchen werde bernstein ok das loch gehört da wirklich so rein jetzt wieder auf die fackeln platzieren in klei beobachten gut achten wir gleich noch mal erschreckt mich nicht jedes mal ist ein buch nicht droge ho ich gebe dir ernst auf keine betten ach du liebe güte es gibt die ernst auf keine betten und da sieht man ich habe jetzt alles umsonst gemacht oder auch nicht in geist kaputt wie gut ach 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 Okay. Der ist leer, da kann dann der ganze Zeug rein, das keiner sehen will. Glas. Voll das. Der Grund, warum ich hier hinging. Ich brauche eine Spitzhacke. 1, 2, 3, 4, 5. Das Stückzeit bestimmt. Wir bilden unseren Raum hier. 2, 3, 4. So. So entfernt werden. So. 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 3 hoch ist eine normal gute höhe 3 hoch ist 4 hoch ist 5 hoch ist 5 hoch ist 5 hoch ist Schlimm ist es da drüben, nicht so schlimm. Ich habe schon drei nach drüben gegraben. Ich habe schon drei nach drüben gegraben. Jetzt wird es wieder ein bisschen zu dunkel für euch. Ich bin hier schon gegangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier. Und wieder kaputt. Und wieder kaputt. So. Eins, zwei, drei, vier. So. 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 hot. So. 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 點. So. 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 Tiefe gehen, oder? Eine, eine, eine geht noch, eine einzige geht noch. Dann müsste eigentlich hoffentlich alles soweit klappen, im schlimmsten Fall umbauen, erweitern, was weiß ich. Die Lohne macht kein Licht. Die Lohne macht Licht. Die Lohne macht kein Licht. Wo habt ihr, bei Tische braucht ihr diesen Platz. Ich hab's geschafft, liebes Buch. Nö, das nicht, aber das, abgeschlossen. Okay, 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 okay. Schreib das, die Werkbank und baumlos. Na Hölle. Ich werde mich da beschäftigen, wenn es soweit ist. Beobachtung, Aura-Magie. Okay. Die zwei Dinge muss ich denn wohl noch machen. Hyria stellen. Hyria stellen. Hier. Also, hm. Licht zum Forschen und. Okay. Da habe ich irgendwo den Rucksack. Den nicht. Den. Nehmen wir mal eine von denen. Eine von denen. Eine von denen. Mal sehen, was es bringt. Und. Eine von denen. Eine von denen. Von denen. Und eine von denen. ich habe ich habe das glas und so umgelassen oder ach du liebe güte da hat wird ja viel zu lang bald hier ja glas in die mitte ja von denen hier und das thermometer halten buch habe ich es geschafft ähm ähm äh 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 ach so beobachtung äh Ja. ja ich sollte es einfach die weg und abschauer anschauen gut und damit beenden wir auch schon den tag und ich werde mich mal hier etwas durchlesen bis zum nächsten Mal